Hallihallo meine lieben Zuschauer und herrscht willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3 Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück Für eine weitere Folge von Xenoblade Chronicles 3 Ja, letztes Mal gegen Ende haben wir erfahren Beziehungsweise die Gruppe, den ich erfahren Was Juni über ihr altes Ich rausgefunden hatte Danke Lenz Und ja Wir wollen ja jetzt in diese eine Kolonie zurück Und dann ergründen, was es damit auf sich hatte Wir haben eine Heldenmission Vorher, da unten sehe ich eine Nebenaufgabe Die nehme ich mal eben kurz noch an, bevor wir losziehen Ach, das geht um das Notenblatt Dank für die Hilfe Äh, ja Also ich muss dafür nach Pentelas zurück Ich muss gerade gucken, wohin genau Hier hinten Na guck mal, dann war es sogar wichtig, dass ich hier Durchgerannt bin Weil dort findet die Nebenaufgabe statt Na gut, wir sehen uns ja dort Hey da, you lot Juni sollte cool jets Guessen und Tiz won't help You'll be in a Tiz in a minute You'll be in a Tiz in a minute So kann man es auch sehen Hier ist tatsächlich noch eine Kolonie Also ich habe mich jetzt extra aus dem Bild gepackt Weil ich mit Sequenz gerechnet habe Ich glaube, da kommt auch gleich noch eine Sequenz Ich muss jetzt hier einmal quer durch die Höhle Gut, dass wir schon ein bisschen Overleveled sind hier Das müsste ich mich jetzt hier die ganze Zeit durchkloppen Äh Das Aether nehme ich mal mit Ich kann mittlerweile wieder ein bisschen was gebrauchen Nur wenn man das rote Licht sieht, das sieht schon schlecht aus Ich würde mal sagen, das finden wir in Kürze heraus Oh, hier liegen viele Höhen Und die letzte Höhle hier Ich muss gerade sechsmal trällern Also für euch habe ich das wahrscheinlich bis hierhin geschnitten Aber ich musste gerade wirklich für sechs Leute einzeln trällern Aber jeder hat 60 Punkte gegeben, also passt schon Noah, diese Marken Und die Höhle, diese Höhle Einen Moment, wir wollen sie doch nicht umbringen. Jetzt werden wir eventuell die letzten Stunden überleben sind. Ja, du bist Boliaris, nicht wahr? Äthelsmann, von Kolonien 4. Ja, das stimmt. Dann können Sie... Sie können nicht sein... Können Sie was? Nein, Sie können nicht sein. Sie sind nicht mit diesem Monster, sind Sie? Mit dem Monster? Denkst du Flames. Huh? Huh? Es passiert so schnell. Erstens, der Kommander wurde in Gold gegründet. Und dann, die Nacht nachdem, das Ding kam. Man kann es wissen, dass es nicht Agnian war. Keine Ahnung, nichts von diesen Teilen zu sehen. Man kann es sehen. Es war kackling. Wir haben Spaß mit unseren Freundinnen zu schrädern. Das wäre Mobius. Es muss sein. Ja, aber warum sie die Kolonie 5 attackieren? Wir haben das herausgefunden. Wir haben das herausgefunden. Wir denken. Es muss sein Grund. Und die Kolonie? Wie ist Ursulia? Keine Ahnung. Wir waren in so schnell zu retten, um unsere Haut zu retten. Wir schrauben für ein Ort, um zu schrauben. Dann haben Sie dann kamen. Ja. 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 Sie können nicht so weit entfernen. Ja? Ja. Ja. Und wenn irgendwelche Mobius-Mudders sind da, dann werden wir sie weg. Ja. 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 Joachim gibt's nur einen Weg. Ja. 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 beschützen werden höchstwahrscheinlich unterwegs angegriffen und noch mal den ganzen weg wieder rein aber hey wenigstens sind sie alle in sicherheit ich gebe für euch mal den weg ich glaube ab hier fängt jetzt so langsam aber sicher kolonie 5 an also ihr habt nichts verpasst war bisher halt nur hülle recht ich weiß immer noch nicht wofür die fragmente sind aber ich sammle sie die fünf willkommen ja dem haben wir eben kurz fertig hier ist der blutsauger mag einer mal schwanken verursachen danke ich bin wir haben das könnte gleich mit reinhauen umwerfen hat nicht funktioniert ab dem feld ist ja halt immer eben kurz zurück so ich war nämlich jetzt erst erwachen und dann die angest kette leute diese kette über habe ich richtig ausgeteilt ich glaube es ist ich habe diesmal richtig gut ausgeteilt ich habe vier kommandos geschafft normalerweise habe ich immer nur drei geschafft das nennt man vernichtung aber jetzt kommt 100 pro sequenz so haben wir aus dem bit gepackt das ist nicht schlecht das ist nicht schlecht nicht schlecht Oh nein, fast leer. Es gibt wirklich viele Soldaten. Gossolia! Gossolia! Ah! You dolt. You killed her. I wish I'd known you were paying a visit. I'd have found a much more practical use for this thing. Y-you? You can call me X. And this is... Well, he's just some underling, so I don't actually care. Anyway, I count myself lucky. I mean, you popping up while we render judgment. A judgment, is it? Oh, do they actually work it out? Work it out? Oh, what? You didn't? Way to get my hopes up. I thought you came because you worked out what's going on with the colony ranks. With the ranks? Yes, the ranks. You've been so desperate to raise them. Just for a bit of comfort, you snatched away the lives of your enemies. Are you gonna get to your point? Come on! Are you some kind of idiot? I mean, I've laid it all out for you. Just think a minute, it'll come to you. Snuff off! I'll make it so you dopes can understand. Are you ready? Taking notes? It was us who made up all the colony ranks. Good old Mobius. What? First, we have the lowly dirt. Then there's tin. Tins go up to copper. Then you get iron. After that comes steel. Then you get the badass silver. And finally... You've hit the top, Gold. You've been falling over each other. Trying to kill each other day by day. But why? What did you even make the ranks for? Because... What else is gonna motivate you, eh? What? You humans. You need some kind of gold in your little lives. You want to give your blades an upgrade? You want to eat some nice food? Or you want to live longer? You evil! All we did was give you those goals. And while you're trying to rise up, your life force grows brighter. So shiny. Isn't it wonderful? But then, once you've reached the top, there's nowhere to go but down. And that's no good, is it? Then it's harvest time. One last gasp of defiance. Then we take what's stored up at your life's end. So then, you're saying the gold rank's nothing but a sham? I just told you, it's to motivate you. Oh yeah, you motivated us real good. You forced us to fight without ever knowing the truth. Huh? What are you even... You've done a good job tearing the place up yourselves. Nobody's ever forced you to do anything. You guys? You like a spot of murder as much as anyone. There's nothing to like about it. How could anyone like it? We live in fear, knowing nothing but fighting. We wanted to reach gold, so we wouldn't have to fight. But you... You took even that from us! Because you're idiots, surely. Just think about it real hard for one second. Who gave up the right to think for themselves? You did. What a load of crap! You're the ones who never left us any room to think about our actions! You haven't got two neurons in your heads. All you have are the things we gave you. And you have the gall to complain? Arsehole! You ain't getting away with this! How can our lives mean so snuffing little do you? Uni! She just goading Uni to make feathers ruffled! Keep her frosty! But she's... False. She's scared of Ouroboros. She wants mistake making so she can give friend the finisher! You think she's... Scared? You! Smart cookie, aren't you? I was told, Nop-On aren't supposed to interfere. Maybe they were wrong. Well, whatever. It messes up my plans just a little. But I think it's about Harvest Time. I'll take... Every last spark! He says... could he go OP bacteria If I haven't seen the world come full here... Because... ... from my!!!! So bad. That too bad. I've got myGOD you. Da hauen wir jetzt mal Ohren nicht rein. Ich denke mal, wir auszuschalten ist auf jeden Fall wichtiger. Die Frau ist die mächtiger. Keine Sorge, ich fasse mich persönlich an. Ich fasse mich mit meinem Schwerter an deinem Gesicht. Du hast die Dresche auf jeden Fall verdient. Ablenk fällt, damit ich erwachen habe und da kannst du in eine Kombo rein. Ich habe sie sogar noch vorher umgeworfen. Ich füge dir jetzt so die Scheiße aus dem Leib. Aber wir sehen uns am anderen Ende der Kette wieder. Jetzt gibt es Dresche, Mädel. Sie haben wir zumindest gleich schon mal verbraucht. Zerrecken in Hölle. Schleudern. Pam. Uh, geschmettert. Jetzt ist nur noch er da. Ah, schade, ich konnte die Ult nicht nutzen. Du angreifen mich. Und damit basta. Geht ja deutlich weniger aus als seine Kameraden. Obwohl, ist eventuell auch eine Dame. Kann man bei den Mühe wie es tatsächlich nicht wissen. Soll ich dir was sagen? Du kriegst auch direkt hier das Fade in die Presse. Also die Kette. Aber erst umwerfen. Ja, die Kette lief nicht ganz so gut. Also die hätte wirklich besser laufen können. Du greifst mich nicht an. Die anderen existieren für dich nicht. Das wird mal verspanken. Und PAM! Freck! Ich glaube, dass du mit dem Motivation hast, um Mobius zu tun zu tun. Danke für das Kompliment, aber ich sage dir eine Sache. Ich mache das nicht, weil ich es mag. Ich mache das nur, um zu überleben. Du bist nicht veränderst. Du bist immer nur ein Grunt. Du bist bereit, um zu töten. Nur weil du Angst hast, um zu töten. Das ist, wo du falsch bist. Das ist nicht nur für mich. Viele Menschen sind auf das. Also, ich bin nicht Angst. Ich werde diese Hoffnung so weit wie ich kann, bis wir die Welt gemacht haben, wie es sollte sein. Oh, gut gesagt. Okay, wie weit du das kannst? Ich glaube, ich werde warten und sehen. Oh, look! Du kannst nicht warten, bis du? Ja, natürlich. Ich bin eine arbeitende Frau, nach allem. Ich kann nicht viel Zeit mit dir spielen. Tschüss! 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 Sch tard! Schau! 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 Und jetzt! Schau! Okay, dann fehlt nur noch bei ihr. Das klingt eigentlich auch nicht so verkehrt. Wenn die mit jedem Angriff den Block durchbrechen kann und auch noch Schwanken dabei auslöst. Ah, hier, Seenbaum. Ja, jetzt verstehe ich das, okay. Ich kann eine Fähigkeit von ihr jetzt einfach bei ihm mit draufpacken. Zum Beispiel, wenn ich die Crit-Rate hier haben will. Ah. Okay, lohnt sich ja richtig. Äh. Angeschaftsum 75 Punkte erhöhen. Mal gucken, vielleicht hat sie auch noch eine richtig krasse Fähigkeit, irgendwas. Das klingt eigentlich richtig gut. Diese grünen Fähigkeiten sind eigentlich die besten Fähigkeiten, wenn man so drüber nachdenkt. Das klingt auch ganz gut. Bei ihr kann ich ja sogar zwei Fähigkeiten. Beides mit Schwächen auf jeden Fall. Das klingt sehr gut. Habe ich nie vorher gesehen, ey. Ich hätte mir mein Leben so viel leichter machen können. Das schränkt sich darauf, dass ich selber kämpfe. Ja, bei ihm auch noch mit den Schwanken drauf. Äh, wo ist die Effektierfähigkeit? Ach man, die darf ich nicht draufpacken. Ja, aber hier darf ich. Ich will, danke. Ach, er hat ja auch eine neue Technik, äh, glaube ich, gerade dazu bekommen, ne? Nämlich statt der hier. Ist jetzt sogar im Gegensatz zu dem, äh, äh, ne Dachenschwanz. Ach, sind auch beides, äh, flächende Techniken. Aber hundertprozentige Chance, den gegnerischen Block einfach zu ignorieren, klingt gut. Was mit dem Seenband, das hätte ich ja ein bisschen früher gewusst. Das hätte mir mein Leben so viel leichter machen können. Na gut, Leute. Der Part heute ist jetzt aber wirklich mehr als lang genug. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, kennt ihr den Drill. Ein Abo und ein Like da lassen. Den Daumen, äh, bewegen. Der muss nach oben. Und... Wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Ciao, Leute. Bis dann.